Das ist ein bunter Schirm. Wir befinden uns im Grünen auf einem Balkon in Berlin und hier im Grünen sitzt Ulrike Gero und die liest uns jetzt sieben Zeilen aus Materialermüllung vor. Das Spiel ist immer dasselbe. Wir schlagen das Buch irgendwo zufällig auf, legen die Schablone irgendwo zufällig rein und was auch immer sie uns gibt wird dann gelesen. Plötzlich fiel ihm in der Ecke der App ein rotes Briefsymbol auf. Erik Ullmann, dem er geschrieben hatte, ob er ihm irgendetwas über Hannas Verbleib verraten könnte, hatte geantwortet, hey Moses, happy to help but not entirely sure if there's much I can do. At the time of our collaboration, we met once only in person, Hanna worked for the Scheinfluginstitut in Potsdam, but I guess she must have quit in 2051. The work she contributed was brilliant, but I haven't. Materialermüllung. Wer wissende, wie es weitergeht, muss selber lesen. Vielen Dank.